das ist ja hier eine zeige gottes willen ich muss das zu machen wie mache ich das zu oh gott was heißt das was kann ich da machen deswegen was besonderes jetzt gerade was ist das jetzt leute ich habe stärke aber trotzdem gehe ich nicht nach oben ich bleibe unten in der höhle glaube ich oh oh da ist wieder so ein vogel ich habe dazugelernt vom letzten mal got it es ist down leute aber was kann ich mir jetzt mal machen und damit kann ich mich anscheinend noch halen mit dem ding ok das ist schon mal nice das ganze ding ist halt vielleicht nicht so stark aber es ist halt fast schon so wie normale dir rüstung dein ernst da wird ja gar kein damage mehr wie süß kann ich auch was wollt ihr denn alter erschrecken tue ich mich trotzdem noch damage machst du mir jetzt noch ein herz glakon ok es ist schnell aber es macht nicht so viel schaden ok vielleicht today is a big day was passiert was passiert was passiert was geht ab das sind die spawnen riesen soll ich rausgehen dieses vieh alter ey es fuckt so hart ab weißt du wie das nervt holy shit alter ja ich bin mal weg hier leute man sieht sich das sind riesen leute greifen die mich an machen die viel damage fuck you kann ich kann ich ihr verarscht mich wieder und ich sterbe ich sag's euch 100 pro fuck you oh gott ok der hat eis gedroppt sonst nix fick dich Leute die sich kämpft jetzt gegen das ding gib ihm gib ihm gib ihm halt ich schwör ahaha was geht die droppen nur eis alter was für lappen lol der hat 100 chance so und den hole ich mir auch noch die king crab die töte ich jetzt auch yes ja ok geht aber fast nur crab ok boys good luck have fun ich geh jetzt raus ok da ist der erste fette mob kann ich gegen den kämpfen glaubt ihr da ist er hat nur 50 leben das sind zwei crits die frage ist halt was macht der was das war's oh das sind die ficher ich weiß immer noch nicht ob die feindlich oder sind die greifen nie direkt an die rennen immer nur so rum ja wirklich so krass sind die auch nicht ne der ist neu jackoman der hat auf jeden fall deutlich mehr leben als alles andere bisher was kann ich mit diesen kann ich diesen jackoman bekämpfen oder glaubt ihr das was ist oh ist er vielleicht freundlich was ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin quatsch oder wacker keiner ich dachte da oben da war einer er kriegt halt keinen damage er kriegt halt keinen damage alter er hatte sieben herzen ich hatte shop 3 was hatte der für equip bitte schön lächerlich lächerlich er kriegt kein damage er kriegt er kriegt kein damage er kuack either er kriegt kein damage er過 zu G-M-A-T-S!